Die Jungs sind sehr motiviert. Man sieht schon, die Hamburger spielen eine offensive Deckung. Gerade Philipp Thiesler mit der 7, der ein besonders Augenmerk auf Krivietser-Lewinzlust nimmt. Der direktes erste Tor wird für Bayern Machelet. 1 zu 0. Jetzt darf es Riesler durchtanken und das 3 zum 2. Ball legen wir. Ganz schöne Räume jetzt gerade. Die letzten zwei Angriffe durch den Vorgezogen. Also da ein ganz ganz starker Mann. Der Arm ist oben. Jetzt muss der Wurf gleich kommen. Und Marc Verhältlich. Und da kommt das 5 zu 5 von Krivi Lavicius. Was bisher noch gar nicht passiert ist das Anspiel über die Kreise. Also die Kreisläufer sind bisher auf beiden Seiten sehr abgemeldet. Genau, sie sind sehr, sehr gut deckt. Man muss auch sagen, bisher war es auch nicht nötig. Das Diffen-Go-Spiel, weil die Halbposition oder Martin so mit der Halbposition sehr, sehr gut. Das wird ja sehr gut die Sache entlöst haben. Ja, kaum angesprochen. Schon passiert das erste Kreisläufer von Benjamin Meske. Der das sehr gut war mit seinem ersten Treffer heute. Und wieder eine Parade von Thomas Mirkva nach einem eigentlich guten Versuch von Laskovic. Schönes Anspiel an dem Kreis, was aber Mirkva sehr gut gehalten hat. Sehr, sehr gut. Da ist ein entscheidender. Und Redderson mit seinem schon 5. Treffer zum 15 zu 12 für den HBW Bayern. Die wirklich die Überzahl dort sehr, sehr gut ausgenutzt haben. Dann der zweiten Welt merkt man einfach. Und das ist das Tor für der HSV durch Leif Thysse. Der eigentlich schon auf dem Boden lag. Und dann ist das Zollgab. Oh, ein schönes Tor für Marcel Niemeyer. Ein wunderschönes Tor. Da muss einfach mehr Druck kommen von der Abwehr. Weil er muss... Lars Friedrich mit dem Anspiel auf Marcel Niemeyer. Und mit seinem zweiten Helfer zum 20 zu 16 für Baling. Jetzt machen wir das Spiel über das Team gegen 6. Und kriegen wir diesen... Und dann wieder Gregor Thoma mit seinem dritten Helfer. Wieder von außen. 22 zu 17. Eigentlich schönes Anspiel an Kreis, aber Dominic Kro kann den Ball leider nicht verwerfen. Stark gehalten von... Im Grund, der den zweiten Ball aber nicht mehr halten kann. Weil seine Vorleute nicht aufpassen. Und den nutzt Odo Redderson zu seinem 10. Treffer. 26 zu 20. Und die Auszeit von Kolo Jansen wollte ich hinterher. So, entscheidende Situation. Und der Arm ist oben. Reinschuld, breit, den Ballwurf voll von Lars Friedrich. In oben rechts Mikkel reinhaut. Zum Achtmann zu 23. Sehr, sehr gut. Oh! Oh! Was ein Bombenpass! No Look! Wahnsinn! Und zwei Minuten gegen Niklas Weller. Sehr, sehr stark. Das ist wirklich wunderschön. Da hat er ja eine ganze Klasse ausgespielt. Sehr, sehr gut, muss man sagen. Die haben wirklich sehr stark verkauft die Hamburger. Dann haben sie ja schon einmal gespielt. Aber alle haben das Spiel auch direkt gewonnen. Gegen Skopje also von nachher. Wenn die wieder mit dabei sind, dann geht es auf jeden Fall für Hamburg. Nicht gegen den Abstieg. Ich bedanke mich ganz herzlich. Hat mir sehr viel Spaß gemacht. Wir gucken jetzt mal auf die Spiele, die in beiden Mannschaften jetzt als nächstes haben. Baling nächste Woche nach Hamm. Und der HSV spielt zum ersten Mal zu Hause gegen Ferndorf. Baling in Hamm. Das wird schon mal direkt ein Kraller. Ja klar, das war klar. Spiel in Schwartau, heute in Hamburg dann in Hamm. Dann sollten wir nicht nur Minuspunkte auf dem Konto haben, sondern auch ein paar Plus. Und ja natürlich, die Menschen können in Hamm. Da muss man mit dem Vollgas kann. Und einfach konzentriert bei der Sache bleiben. Und dann ist auch in Hamm was drin. Also auf jeden Fall einsteigen. Das wird auf jeden Fall ein Duell zwischen der Mannschaften. Hier oben fährt die Mitkämpfer in der zweiten Liga. Wir bedanken uns ganz herzlich und wünschen noch einen schönen Abend. Ja, schönen Abend noch zusammen. Ciao.